Musik Ich freue mich sehr auf die Kinderwallfahrt. Es wird mir wahrscheinlich sehr Spaß machen. Und ich erwarte jetzt, dass hier viel läuft und da einfach, dass es allen Spaß macht und dass hier viele Familien und Kinder sind. Ich bin jetzt zum zweiten Mal auf der Kinderwallfahrt. Das erste Mal war ich selber als Kommunionkette hier und jetzt bin ich als Messdiener hier. Als Messdiener war das für mich heute was ganz Besonderes, weil ich den Bischofsstab haben durfte. Ich finde diese Wallfahrt insofern ganz besonders wichtig, als die Kinder einmal erfahren, dass Kirche größer als das, was sie am eigenen Ort erleben, dass viele, viele unterschiedliche Menschen zusammenkommen, und dass es Freude macht, gemeinsam zu glauben und Gottesdienst zu feiern. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt bei der Freitag. Musik Der Tast ist sehr einfach, der geht so. Musik Der Tast ist sehr einfach, der geht so. Musik 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 Vielen Dank.